Herzlich Willkommen zum dritten Video. Wir haben letzte Woche Beine, Wagen, alles was so dazugehört. Ziemlich stark Bandschlucht. Heute machen wir deswegen Oberkörper, Rücken, Arme, alles was dazugehört. Ich werde hier zwischendurch vermutlich keine Handheld benutzen. Wenn ihr Handheld zu Hause habt, könnt ihr die schon mal parat legen. Am kommenden Samstag werden wir ein Video zu Handheldtraining machen, was man da alles Schönes tun kann. Wenn ihr keine Handheld habt, könnt ihr mal gucken, ob ihr zu Hause irgendwo große Wasserflaschen habt. 1 Liter mindestens, am besten so 2 Liter. Oder ihr nehmt eure Wasserflaschen und füllt sie mit Sand. Für ein Gewicht, was sie ungefähr haben, oder mit Steinchen, was immer ihr da habt. Falls ihr keine Handheld habt, geht das damit genauso gut. So, was wir jetzt als erstes machen. Das ist ein kleines bisschen anderes Setting. Jetzt sind wir nach rechts. Ganz, ganz locker. Wie haben wir den Oberkörper noch nicht aktiv warm gemacht. Lässt du überhaupt auch. Arme nach oben. Der Spiegel ist ein bisschen zweizeitig. Arme hoch. Auf 90 Grad. Nicht zweit unten, nicht zweit oben. Und hier machen wir schöne Armschläge. Nach außen, richtig nach hinten ziehen und nach vorne ziehen. Nicht durchstehen lassen, dass sie nach oben fallen, sondern aktiv die Arme oben lassen. Könnt ihr euch nur von dem beistellen. 30 Sekunden zum Beispiel. Ich würde es nicht einfach umdrehen. Geht aber auch so. Spätestens aufhören, wenn es weh tut. Wenn wir das haben, merken wir, dass es uns anstrengt, können wir die Arme vor dem Körper einmal überkreuzen. Und dann nach hinten ziehen. Dass wir die Arme noch ein kleines bisschen mehr bewegen müssen. So, wenn wir das haben. Ellbogen an den Körper. Wir haben das drauf gemacht. Ellbogen an den Körper. Und hier das Ganze. Ein bisschen weiter unten mit einem gemengelten Arm. Das sind so die absoluten Klassiker. Um Arm zu werden. Danach. Gucken wir, dass wir den Platz nach oben haben. Einseitig die Arme ein bisschen aufdrehen. Sicher steht dabei. Vorwärts und Unterwärts. Und versuch hier nicht zu einem Propetta zu werden. Sondern noch nicht aktiv den ganzen Arm bewegen. Weniger schwingen. Mehr Einweg. Mehr Einweg noch. Vorwärts und Unterwärts. Noch etwas haben. Beide Arme hoch. Und von hier. Beidseitige Schläge nach vorne. Und auch rückwärts. Rückwärts ein bisschen schwerer. Meistens klappen die Arme aber manchmal weg. Und das wird mir so ein seitliches Leben. Aber das reicht vollkommen aus. Und wenn wir das haben. Entweder auch nur ein Vor- und ein Zurückzunehmen. Oder andere Seite. Und wenn ihr wie ich dabei die Stellung in den beiden wechseln müsst, macht auch die andere Seite. Wunderbar. Und zum Schluss isoliert die Schultern. Rückwärts bewegen. Und auch vorwärts. Noch die Arme auflegen. Wie vor zwei Wochen erklärt. Finger und Daumen mitnehmen. Hand nach vorne stecken. Nicht die Fingerchen. Sondern die ganze Hand. Nachkünzen für jetzt hier. Zeig den Mittelfinger. Arme schön strecken. Vielleicht entschädt euch eine Uhr nehmen. Mal nehmen. Und recht gemacht. Mindestens 10 Sekunden. Am besten so 20 bis 30. Was direktes können, können wir auch links. Und was wir in die Richtung können, können wir auch in die anderen Hand. Hand zur Rückhand wieder greifen. Und zu uns ran ziehen. Könnt ihr auch angewinkelt machen. Gestreckt. Andere Seite auch. Und lassen Schultern zur einen Seite aufdrehen. Und auch zweimal. So, was wir sonst nicht machen. Wir greifen in die Finger. Hintern zurück. Drückt dabei mit den Daumen zusammen. Strecke. Lärme durch. Und dehne hier die Brustmuskulatur auf. Am besten funktioniert das, wenn ihr zu Hause seid. Und euch mit beiden Händen in den Türrahmen hängen könnt. Also wir greifen in den Türrahmen. Links und rechts. Und lasst uns nach vorne ziehen. Am besten dann schön bei oben reifen. Dass die Schultermuskulatur hier gezwungen wird. Willen kann. Natürlich auch wenn ihr nach vorne fallen. Ruf. Und Arme ziehen lassen. Kann wahrscheinlich gehen. So. Als nächstes gehen wir weit in die Beinbreite. Bis wir sagen, okay, hier ist Schluss. Was wir denn so können. Und gehen erstmal mit den Händen Richtung Boden. Und dann versuchen wir ein kleines bisschen nach rechts uns zu bewegen. Bis nach links uns zu bewegen. Und dann beide Hände auf den Boden. Wir krabbeln nach vorne. Beine sind gestreppt. Wirken jetzt gerade. Bis ich hier vorne bin. Dann kann ich einen Liegestütz machen, wenn ich ein Brustück. Und ich krabbel wieder nach hinten. Und dann kann ich mich nach hinten auffangen. Und ich bin wieder im Ausgangsdruck. Und ich bin wieder nach vorne. Liegestütz. Und nach hinten. Und wieder nach vorne. Und nach hinten. Und wieder nach vorne. Und wieder nach vorne. Und nach hinten. Schöne Übung. Und mal loswerden. So. Also. Falls ihr nicht mal seid. Was ich jetzt hier habe. Das habe ich vergessen. Ist das Springenseil. Vor jeder Session. Die jetzt bei mir Dienstags kommt. Oder auch wenn ihr sonst zuhause trainiert. Geht vorher laufen. 5-10 Minuten. Arme um Rollerblock laufen. Oder einzeln. Oder mit dem Zoom. Seilspringen. Judo-Gürtel-Reit. Sonst würde ich die Springseil kaufen. 100, 200, 300 Mal. Vorwärts, rückwärts springen. Sehr, sehr gute Übung. Für den ganzen Körper. So. Und jetzt hoff ich einfach mal. Dass mich die Freunde jetzt gleich gut sieht. Jetzt noch mal zum Zoom. So. Wir machen hier unsere beiden Dinge. Und während die Mutti wir jetzt sind. Machen wir sie ganz weit auseinander. Oder ganz nah zusammen. Oder ganz nah zusammen. Ich zeige es jetzt erst mal hier. Übung ist vergleichsweise simpel. Wir gehen jetzt an einen Ring oder an eines der Hütchen. Oder wir machen hier ein Kreuz auf den Boden. Das ist relativ egal. Ja. Ihr braucht eine Markierung. Und dann geht ihr in die Liegestützposition nach vorne. Und dann können wir uns entscheiden. Entweder ich mache den Liegestütz. Und komme wieder hoch. Oder ich bleibe in eine Liegestützposition. Ich zeige jetzt die Tava-Yang davon. Und dann können wir zu Hause diese nachmachen. Oder machen die ihr jetzt, wenn ihr möchtet. Und jetzt nur eins. Wir sind in einer normalen Liegestützposition. Füße sind gerade mit der Zeit bewegt. Wir müssen ein bisschen weiter auseinander. Und von hier kann ich jetzt von rechts nach links bewegen. Wichtig ist, dass ich möglichst wenig in der Grundposition Änderungen vornehme. Das heißt, ich hänge mich durch. Ich nehme den Boden nicht nach oben. Und bleibe möglichst stabil in der Liegestützposition. Heißt, ich möchte mich hier und hier nicht bewegen. Auch wenn ich hier irgendwie durchhänge, alles eher schlecht finde. So, und ich bleibe gerade. Und dann können wir zum Beispiel fünfmal von links nach rechts das Ganze machen. Wir starten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zwei. Egal. Das habt ihr gerade gesehen. Wenn ich nach nächster Gang bin, wenn ich manchmal vertreten kann man das auch so sagen. Das muss ja so stehen. Müsst ihr doch achten, dass ihr damit ein bisschen stabil seid. Als nächstes die mutige Variante. Zwei. Wir machen eine. Und gehen wieder drüber. Zwei. Drei. Drei. Pfeifen. Drei. 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 Dzehn. Wunderbar. Das könnt ihr euch so schwer oder so anstrengend machen, wie ihr möchtet. Es reicht nämlich auch schon, wenn wir hier gerade so Schulterweitausleiter sind. Dann könnt ihr euch einen großen Schritt so weitermachen, Liegestützt und wieder rüber. Jetzt haben wir hier, ich hole hier, die beiden Kreuzer. Die nun jetzt auch ein kleines bisschen mehr Platz für, weil ihr noch in gesamten Kappalien arbeiten müsst. Ich zeige es dir auch noch einmal, weil sie sehr unterschiedlich ist. Ihr könnt ja stoppen und wieder zurückschieben. Ich starte wieder relativ in die Liegestützposition. Halte ich. Dann kabel ich auf die andere Seite rüber. Kann dann da noch mehr Liegestütz machen oder irgendeine andere Übung meiner Wahl. Und ganz wichtig, ich kabel auch wieder zurück. Damit ich alle Gestützaturen für die beiden Länge benutze. Nicht nur hin und dreh und vorwärts hin, sondern vorwärts hin, Übung machen, rückwärts zurück. Und was wir machen, sind Crocodiles. Oder wie auch immer man es in Übungen vielleicht nennen möchte. So, wann kann ich das jetzt testen? Oh, ein bisschen noch dort. Ja. Dann müssen wir mal die Zehn drücken. Wir gehen in eine Liegestützposition. So, ich mach dabei auch schon mal so ein kleines bisschen hin und hoch. Damit es nicht so anstrengen ist. Ich mach jetzt einen Schritt nach vorne. Sechs. Und dann hieb nach unten in der Liegestütz. Und komm wieder hoch. Ihr könnt so ein kleines bisschen dabei einknicken. Ihr könnt aber auch mit der Brust bis auf den Boden und wieder hochkommen. Je nachdem, wie anstrengend es denn haben Sie sich. Ich mach es mal ins Drehenwinkel. Das ist eigentlich ein bisschen besser. Also Liegestützposition. Schritt. Liegestütz. Schritt. Und das Ganze auch. Wieder rückwärts. Zurück. So. Dabei kann man viel Freimschutz für richtig machen. Wir haben schon verschiedene Personen gesehen. Wichtig ist, dass das Knie nach außen vorbeigeht. Nicht gerade unter uns durch. Und werden automatisch die Ellenbogen auch ein wenig verdrehen. Kopf zur Seite nehmen dabei. Und runter. drücken. Außerdem können wir das Ganze auch als, naja, ansprunglicher machen. Heißt, wir gehen hier runter. Und drücken uns. Jedes Mal in die nächste Liegestütz. Und das wird genauso gut. Oder, als letzte Variante, die anstrengendste. Wir bleiben ganz unten. Und versuchen uns wirklich, nach vorne zu arbeiten. Heißt. Wir sind hier unten. Kniechen. Vorwärts. Und rückwärts. Zurück. Anstrengend. Sehr schön. So. Fühlt denjenigen. Die Platz haben. Die können wir natürlich auch einfach mal ein Schritt vor, ein Schritt zurück machen. Wunderbar. Wunderbar. Und als letztes. Mir eine, ja, ein Tipp wieder. Was ihr machen könnt. Wir übergeben jetzt aber für diese Übung auch unsere Beine. Ich werde Ihnen eine schöne Mini-Buchszeit zeigen. Wir brauchen drei Punkte. Ich habe jetzt, glaube ich, diese drei Kreuze. Daher kann man sich ja nicht so hören. Auf unserem ersten Kreuz. Machen wir die Geschnitte. Fünf Stück. Reicht Erfolg gemacht. Auf dem zweiten Kreuz. Ich gehe jetzt mal für die Mitte. Nehme ich ein Bein vor. Ein Bein zurück. Und der hintere Fuß ist leicht ein bisschen gedreht. Der Vorderungsfuß eher ein Adler. Für die Durkheim jetzt. Ich stelle mir vor. Ich greife das rechte Revers des Partners. Packen und ein bisschen ein. Kraft im Handgelenk. Nicht hier irgendwie hängen. Kraft im Handgelenk. Und die andere Hand greift unter den Arm hinter dem Ellenbogen. Die Falter greift sie. Und dreht sie zur Seite auf. Das heißt, ich habe zwei starke Griffe. Und von hier ziehe ich die Arme zu mir an. Das heißt, ich kann hier meine Arme nutzen. Wer sich das nicht so gut vorstellen kann. Wer es nicht ist. Kann auch einfach. Siehe vor, ich kann beide Ellenbogen. Beide Ellenbogen. Weitere Wehrseiten. Und ich ziehe einfach nur die Ellenbogen hin. Das hier ist ein eher technisches Ziel. Rechts und links. Das hier ist eher ein Kraftziel. Wichtig dabei. Ich stehe maximal in meiner kapolisierten Auslegung. Rechts und links vorne. Oder parallel. Einmal tief. Nicht tief. Nicht tief. Nicht tief. Nicht tief. Biss in die Kinn. Greifen. Der Bogen nach innen. Hänger oben. Hänger oben. Hänger oben. Greifen. Und nach innen ziehen. Und jedes Mal wirklich auch ziehen. Nicht nur hier in den Arm stehen. sondern wirklich greifen und hier mit Kraft ziehen. Sollte man spüren im Oberkörper. Also Liegestütz, zum Mittellaufen und ausprobieren, wie oft wir auf welcher Seite ziehen wollen. Und auf der anderen Seite rüber. Und hier könnt ihr euch ausprobieren wieder. Liegestütz macht. Oder übrigens. Fünf Stück zum Beispiel. So, ich habe jetzt mehr Zeit gegeben. Machen wir mal einen Durchlauf. Das ihr seht, was ich meine. Auch hier könnt ihr natürlich wieder auf dem Parkkarabia das Ganze machen. Wir machen immer nur einen Schritt nach vorne. Deswegen auch den Positionswechsel hat. Ihr braucht dafür nicht so viel Platz. Also, wir starten. Fünf Gegenschieß. Arme weiter auseinander. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hüpf. Ich gehe bitte. Ich mache jetzt den Doppelzug. Zehnmal. Zehnmal. Und hier auf der letzte Seite. Und auf der Fülle. Vier. Und zum Schluss wieder in die Mitte. Zehnwechsel. Und wieder in die Mitte Übung. Und zum Schluss zurück. Und wieder in die erste Fülle. Und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch mit austun. So. So weiter. Heute. Wenn ich richtig überlege, haben wir nächste Woche noch ein digitales Training. Meine ich. Wenn nichts, nehmen wir uns in der Halle wieder. Und die Wochenende zwischendurch habe ich, wenn das klappt hat, zwischendurch auch jüdotechnisch ein bisschen was macht. So weiter. Es macht viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. 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 Bis nächste Woche.